Welches Wappen gehört zur freien Hansestadt Bremen? Bild 1, Bild 2, Bild 3, Bild 4. Welches ist ein Stadtteil von Bremen? Bremen, Altona, Himmelingen, Pankow, Babelsberg. Für wie viele Jahre wird das Landesparlament in Bremen gewählt? 3, 4, 5, 6. Ab welchem Alter darf man in Bremen bei den Wahlen zur Bürgerschaft, Landtag, wählen? 14, 16, 18, 20. Welche Farben hat die Landesflagge von Bremen? Blau-Weiß-Rot, Rot-Weiß, Grün-Weiß-Rot, Schwarz-Gold. Wo können Sie sich in Bremen über politische Themen informieren? Beim Ordnungsamt der Gemeinde, bei der Landeszentrale für politische Bildung, bei den Kirchen, bei der Verbraucherzentrale. Was ist ein deutscher Stadtstaat? Bremen, München, Frankfurt, Erfurt. Welches Bundesland ist Bremen? 1, 2, 3, 4. Wie nennt man den Regierungschef, die Regierungschefin des Stadtstaates Bremen? Ministerpräsident, Ministerpräsidentin, Erster Bürgermeister, Erste Bürgermeisterin, Präsident, Präsidentin des Senats, Regierender Bürgermeister, Regierende Bürgermeisterin. Welchen Senator, welche Senatoren hat Bremen nicht? Senator, Senatoren für Außenbeziehungen. Finanzsenator, Finanzsenatoren. Justizsenator, Justizsenatoren. Innensenator, Innensenatoren. InnistenZone, Prätschattort Trätschattore Untertitelung des ZDF für funk, 2017